Ich habe jetzt aufgeräumt. Jetzt mal gucken, jetzt sind wir hier mitten im Wald und wir haben hier einen Weihnachtsbaum gefunden. In der Nähe von Wormbronn. So, da ist er. Mal dicht aus. So, das erste Feuerchen brennt. Bombenbo, du sägst hier noch fleißig. Ja, ich versäge jetzt und heute Nacht auch. Sven, findest du noch ein Plätzchen für ein Stück Holz? Na ja, hier vorne ist noch kurz. Da ist ein ganz viel Lücke. Na ja, so Lücke. Da muss mehr. Aber richtig hochziehen und richtig hochschmeißen. Also, keine Ahnung was jetzt passiert. So hoch wie es geht. 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 Ja, ich hoffe euch hat das Video von unserer Weihnachtsfeier gefallen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Bis denn. Ciao. 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 Vielen Dank.